Es ist wichtig, dass die Mannschaft jetzt mit noch mehr Selbstvertrauen in das Spiel geht. Die letzten beiden Spiele, die erfolgreich bestritten wurden, wenn man daran fortsetzen kann, das wäre eine tolle Sache. Braunschweig ist eine gute Mannschaft, aber jetzt kein übermächtiger Gegner. Ich glaube eh, dass die Liga relativ ausgeglichen ist. Nehmen wir mal Freiburg, vielleicht Red Bull Leipzig außen weg. Das sind wirklich Mannschaften mit mehr Potenzial als die anderen Teams. Aber ansonsten kannst du gegen jeden Gegner in der Liga gewinnen. Es ist eine 50-50-Chance. Ja, wir spielen auswärts, aber trotzdem, wie gesagt, wenn wir die Leistung oder dieses Vertrauen der vergangenen Partien jetzt mitnehmen in die Partie nach Braunschweig, warum soll uns da nicht ein Sieg legen? Als Sportdirektor werde ich auf der Bahnplatz nehmen. und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.